hallo und herzlich willkommen zum neuen video wir haben freitag am 23 dezember 2023 und damit öffnen wir heute das vorletzte türchen vom adventskalender beginn macht der erste penny adventskalender und da ist ja das türchen wie ihr schon sehen könnt kommt da die lokomotive zum vorschein beschreibung dürfen geben bei dem zweiten penny adventskalender müssen wir runter gehen da ist das türchen man sieht die kerze in der tasse so hier bei dem million singen gab es sowohl im penny als auch mal die ich habe mal pausen wenn ich wüsste ja und da ist das türchen es wollte so nicht zum vorschein kommen ich lasse mal dahin gestellt so hier sind wir bei dem kaufler adventskalender da ist das türchen und da kommt ein teddybär mit geschenk zum vorschein bei dem häusler adventskalender müssen wir hier runter gehen das ist natürlich hier so eine figur halten so jetzt kommen wir hier zum tatsächlichen all die adventskalender und wie ihr ja wisst das ist mal so dahingestellt und dann sage ich mal bitte like das video lasst ein abo da wir sehen uns dann morgen am heiligabend